Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist DAX Analyse für Freitag, den 17.8. 2020 und unser Karussell dreht sich weiter, das Riesenrad, was wir gestern gezeigt haben, hat mal wieder gehalten, oben an der 47, 57, unten mal wieder an der 5,30, alles bekannte Zonen, wieder an der 6,10, 6,30 rumgeeiert und es dreht sich weiter, also es dreht sich zumindest so, im DAX noch weiter, bei den Amerikanern sieht es ein bisschen anders aus, da müssen Sie sich so vorstellen, hier löst sich ein Seil, da löst sich ein Seil und die fliegen einfach aus der Bahn, schön nach oben, das ist so brutal stark, ich weiß, ich bin, ja, ich bin heute ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich so richtig mit ihnen hier machen soll, was ich ihnen zeigen soll, dieser dritte Tag in Folge, vierte Tag fast in Folge auf dem Niveau in etwa, wir haben wieder einen extrem langen Docht von oben runter, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Ihnen sagen, der ist nicht positiv, der Chart, also das hat noch Risiko nach unten, würde ich Ihnen sogar sagen, der DAX hat hier noch Potenzial wegzukippen, der DAX will runter, aber die Amerikaner lassen ihn halt einfach nicht, ne, die machen dort drüben so eine Party und Sause und neue Hochs und noch eins drauf und noch einer und einer geht noch, aber noch kommt einer noch, da ist halt einfach nicht Schluss, ne, und, ähm, man merkt es immer wieder, der DAX legt sich schön unten vor und dann kommt wieder so eine Stunde nur nach oben gekloppt bei den Amerikanern und dann zieht es ihn hier leicht zurück, auf jeden Fall, Fakt ist, er kommt nicht mit, er kommt massiv nicht mit, ähm, er kann schwächer ausleben, wenn die Amerikaner mal leicht nach unten kommen, aber, äh, auch so, können sie, kann man fast die Uhr nachstellen, ne, Vormittag immer eher ein bisschen schwächtiger Vorstellung, dann kommt die Amerikaner rein und alles, zieht es wieder hoch, aber auch hier ist er wieder deutlich zurückgekommen, ich würde ihm jetzt deswegen nach unten eher mehr Chancen zusprechen, auch wenn es überhaupt nicht zum Gesamtmarktumfeld passt, aber das ist für mich kein, also, über was haben wir gestern gesprochen, ne, lassen Sie sich das, einfach auf der Zunge zu gehen, wir haben gesagt, ah, hier oben, wenn er drüber geht, dann kann er, dann, dann, dann hackt er hier bestimmt nochmal dagegen, läuft aber zurück und geht dann raus, ne, dass er hier rausgeht Richtung Gap, bloß er hätte die 9-9 erreichen können, er hat doch oben vorgefühlt, er hat's nicht gepackt, also, das ist, das ist für mich ein Versagen, auf der Unterseite haben wir gesagt, wenn er hier runterfällt, würde der Markt hier diese zweite Welle anspielen, diese zweite Welle, diese druckvolle Aufwärts, diesen druckvollen Aufwärtsimpuls, den würde er hier unten zünden, das heißt, er kann hier richtig wegnadern, er kann hier mit richtig fett Fahrt hier unten hochdrehen, sehen Sie es? Ne, das ist ein Geschiebe zur Seite, also, der hat jetzt die Niveaus schön genommen, ne, es ist im Endeffekt nur seitwärts gewesen, aber das war ein Tag, an dem er eigentlich hätte nach oben glänzen können, und zwar in mehreren Szenarien, die alle beide nicht bedient hat, von daher ist er eigentlich, in meinen Augen, schwächer als erwartet gewesen, und, ähm, so würde ich das jetzt auch rauslegen, auch wenn der Tagesschatz ein bisschen höher ist als vorher, ich würde denken, der gibt einen Zweck zum Freitag, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einfach noch ein bisschen zur Seite rumschieben, schieben, und hinten raus wegkippen, so, das passt nicht zu den Amerikanern, muss ich auch so ganz, ich, ich weiß nicht, was ich Ihnen zeigen soll, ich weiß auch nicht, was ich Ihnen mit Ihnen machen soll, hier, das ist, das ist so gegensätzlich, also, ich sehe im DAX die Schwäche, und ich sehe in den Amerikanern die absolute Stärke, und das wird nicht funktionieren, also, ich bin echt ein bisschen ideenlos, was wir hier draus machen, wirklich, keine Idee, also, ideal, typisch wäre Freitag hier einfach ein bisschen zur Seite rum, und hinten raus dann abkippen, na, ist immer irgendwie so eine Art, ich mache mal sowas hier, so, und so ein bisschen hin und her geschache einfach, vielleicht hier leicht runter, so, so, und dann wieder hoch, dann wieder hier so irgendwie ein bisschen zurück, halt einfach geschiebe, und dass es sich dann hinten raus, hier ein bisschen wegporzeln lässt, das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung, das würde ganz gut auf den Freitag passen, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, ich würde einfach oben rauszehren halt, naja, wenn sie richtig oben rauszehren, so, das wäre jetzt so ein bisschen meine Erwartungshaltung für den Freitag, dass man hier oben vielleicht nochmal so ein Stößchen macht, auf die 700, 710, 720, zurückrudert, wieder zurückrudert, wieder an der 600-Chart, und dass er dann zum Nachmittag, vielleicht kaum ein Gewinnmitnahmen bei den Amerikanern, ich würde nicht darauf spekulieren, dort, ich würde dann eher den DAX shorten, in den Amerikanern sollte man eher Long suchen, die sind einfach zu stark, als dass man da sich mit Short verausgaben muss, aber im DAX ist, dem fehlt das noch ein bisschen an Schwäche, oben würde ich jetzt schon sagen, können wir einen Long-Trigger aber ein bisschen tiefer ziehen, den können wir durchaus jetzt im Bereich um 47 platzieren, sollte der DAX über die 47 gehen, und auch das ist nicht so unwahrscheinlich, ja, zum Freitag, also wenn er es macht, dann wird er es durchziehen jetzt, ich glaube, dann zum Wochenschluss macht er es dann, dann macht er jetzt das, womit die meisten nicht gerechnet haben, man hat es, ich habe ein bisschen, habe es schon im Donnerstag vermutet, da waren alle so negativ, so, so negativ eingestellt, für den, für den, und so viele am Shorten, selbst das Sentiment war unheimlich shortig, also, ich hätte schon fast erwartet, dass die zum Donnerstag, dass er schon richtig, richtig oben Richtung 900 rennt, und er ist trotzdem wieder weggekippt, trotz auch negativen Sentimenten, richtig weggekippt, und das ist schon beachtlich, also da ist irgendwas, irgendwas nicht in Ordnung im DAX, und deswegen würde ich ihn hier nach unten noch anzählen, aber ich würde auch denken, wenn er jetzt Richtung Freitag, also Freitage, die können halt auch schon durchziehen, ne, wenn er gerade so, wenn er so schwungvoll rein startet, und nach oben durchzieht, ähm, Freitage, die können bis zum Tagesende, wirklich den Spaß durchziehen, den sie anfangen, also gerade, wenn er nach oben läuft, ne, ne Freitag, auf Longseite, ähm, ist, ist, für die, die Short suchen, extremst, Hardcore, ins Gesicht, weil, der läuft dann so ganz langsam, und so, äh, zuckt immer wieder nach unten, dann zieht er sich wieder hoch, dann zuckt er wieder nach unten, man denkt, ah, jetzt fällt er ab, und dann läuft er wieder hoch, dann denkt man, ah, jetzt fällt er, dann dreht er wieder hoch, und im Endeffekt denkt man sich am Tagesende, dann, Mensch, der Tag hätte so einfach sein können, einfach Long rein, und bis zum Ende raus, das sind, das sind sehr, sehr typische Freitage auch halt, ne, in dem Moment wohl, wo es auf der Longseite viel Action gibt am Freitag, das passiert nicht oft am Freitag, aber wenn das so kommt, ähm, und da sollte man insbesondere oberhalb von 700 dann eben mit aufpassen, kann das bis zum Tagesende durchziehen, also da muss man sich nicht vor Ausgaben dann auf der Shortseite besser gleich einen Zettel an den Bildschirm machen, wenn der DAX über 700 ist, nicht auf der Shortseite für Ausgaben, das wird wichtig, was aber noch typischer ist, als diese Longtage zum Freitag, ist dieses Geschiebe über den Vormittag, über den Nachmittag, und dann das Weggekippe zum Abend rein halt, ne, das sieht man auch recht häufig, und deswegen würde ich das jetzt erstmal favorisieren, aber bin schon, muss ich sagen, ein bisschen ideenlos, ähm, weil das einfach zu viel Geschiebe ist hier, zu viel seitwärts, und vor allen Dingen, weil ich ihn nach unten sehe, aber das Gesamtmarktumfeld nicht dazu passt halt, ne, und wie soll der DAX 200, 300 Punkte fallen, äh, wenn die Amerikaner von einem hoch zum nächsten springen, das funktioniert ja nicht, ne, da müssten die Amerikaner drüben mitmachen, und dafür haben wir dort halt einfach noch keine Signale, weil die, äh, straffe Kerzen nach oben stellen, und, äh, richtig straffe Kerzen nach oben halt, ne, also, da ist alles grün, was, was grün zu gehen geht, das ist einfach so, gut, Freunde, dann, ich belasse es dabei, achten Sie mir ein bisschen auf den Bereich um die 700er, alles was da drüber geht, 747, drüber, muss man sich auf der Longseite ein bisschen öffnen, gegebenenfalls auch mitgehen, äh, wie bei den Amerikanern letztendlich, da machen sie sich auch nicht glücklich, wenn sie da die ganze Zeit Short suchen, ne, am besten noch Short ausbauen, im Minus und sowas, also da können sie sich gleich die Kugel geben, ähm, das sind so Sachen, die, äh, geht halt einfach nicht immer gut, ne, oder geht halt oft, sehr oft nicht gut, gut, Freunde, also, das soweit von meiner Seite, meine Ideen, meine Gedanken, Tagesschart, können wir nochmal kurz gucken, da haben wir kurz gesprochen, aber das würde ich jetzt hier so zumachen, und das, sehen Sie, was ich angesprochen habe, dieser lange dort oben, wieder vom mittleren Bonny, mal Band weg, ist für mich halt schon ein deutliches Abdrehen halt, also, ne, Gucken Sie, der kam hier, der kam mit einer Kerze hier runter, und jetzt hat er 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen gebraucht, um diese Kerze auszukonsolidieren, und er hat es immer noch nicht hingekriegt, er hat es immer noch nicht hingekriegt, dieses hoch rauszunehmen, also diese Kerze zu überwinden, und wird immer wieder vom mittleren Band weggetreten, und das ist für mich eher mehr so ein Signal, wie ich will, zum unteren Band, und das untere Band liegt hier im Bereich um 3,70, ne, also, hm, Tagesschart, für mich auch nicht unbedingt positiv, auch wenn es eine grüne Kerze ist, aber, das ist ein Doji, das ist, kann man noch ein Popkern rauslesen, ähm, die gibt dann entweder hier oben das Signal, Richtung hier, oder unten das Signal, Richtung hier, es ist halt, es ist gerade nicht schön, da gibt es idealere Ausgangspunkte für einen Tag, passt auch eigentlich zum Freitag, Freitage sind oft ein bisschen widerlich, die nehmen auch bei vielen die Wochengewinne wieder weg, das sieht man ganz häufig bei Tradern, sie sich am Freitag nochmal richtig vertüdeln, und von daher lieber einfach mal ein bisschen ruhig machen, gerade wenn der Tag jetzt hier nicht ganz so easy ist, oder nicht ganz so klar scheint, ähm, beziehungsweise, was heißt nicht klar, eigentlich ist es klar seitwärts, ne, ähm, ja, das ist eigentlich die Tendenz, oberhalb von 747 aufwärts, unterhalb, brauchen wir halt mal ein bisschen, brauchen wir mal ein bisschen Forwarding, also da muss man ein bisschen, muss halt mal was liefern, nicht immer bloß runterstellen, und die 600 dann wieder zurückziehen lassen, von den Amerikanern, da braucht man ein anderes Timing, das klappt halt nicht, wenn er sich immer zu den Amerikanern tief reinlegt, vielleicht muss er sich mal hoch reinlegen, zu den Amerikanern mal gucken, ich mach zu, wir lassen uns überraschen, morgen sind wir schlauer, und dann haben wir vielleicht für den Montag wieder ein bisschen schickeres Bild voraus, ich würde es trotzdem so favorisieren, es wäre für den Freitag ganz, nicht, nicht ganz unüblich, und passen Sie bitte oberhalb von 700 auf, tschüss, schönes Wochenende bis Montag, beziehungsweise Sonntagabend, ciao!